Uwe, herzlich willkommen. Wir haben so den Eindruck, es zieht euch unbedingt jedes Jahr im November nach Niederösterreich. Wenn sich bei uns die Blätter verfärben. Das Land des Formel-1-Weltmeisters schickt uns auch schnelle Rallyepiloten, Uwe Henne, ein Pässe genauso wie Sebastian Vettel. Das Land ist gut. Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Musik 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 Das war's. 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 Das war's.